Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute am Montag, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Dienstag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich hoffe ihr seid wach, hallo, aufgehen. Ich kann nicht so strechen, ich habe mich vergessen, weil ich das Fenster offen habe, ich pleb. Die Nachbarn freuen sich, aber die hören nichts, alles gut. Geil. Wie geht's dir, Nils? Super, danke. Sehr schön, ich habe gestern Abend meine neue Grafikkarte eingebaut, jetzt bin ich happy. Hast du schon genutzt? Ja, ich bin gestern schon mal kurz Test gefahren. Macht das jetzt einen Unterschied? Ja, ist angenehmer, läuft flüssiger und ist schöner. Also hast du mehr FPS? Ja. Geil. Ja. Aber du hast doch davor schon viel FPS. Ja, aber jetzt habe ich noch mehr und es läuft flüssiger. Okay. Und ich kann, äh, kann endlich da Dinge machen, aber da müssen wir jetzt hier, glaube ich, in dem Rahmen nicht drüber sprechen. Ah, du kannst Dinge, okay. Ja, ich kann da mit anderen Dinge machen, als ich vorher gemacht habe. Okay, das kommt. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ansonsten ist alles cool. Ich habe eine Woche keinen Sport gemacht, ich war nur spazierender. Ist das was Gutes? Ich kann die Reisen nicht ablenken lassen von so Sachen. Okay, ja, okay, sehr gut. Die Zeit ist, du weißt ja, aus dem ersten Buch, was ich dir immer empfohlen habe, Zeitinseln. Ja, ich weiß. Aha. Solche Sachen sind sehr wichtig, Jen. Ja. Müssen wir etwa schon wieder Hausaufgaben machen? Nein, ich höre fleißig Hörbücher. Okay, okay, okay. Ja. Die fünf Sprachen sind ja lieber aktuell, Leute. Ich kann es euch empfehlen. Warum? Kann man das eigentlich auch Single-Leuten empfehlen? Absolut. Es geht da, es geht da. Ich höre das doch auch, what the fuck? Das stimmt, ja. Wow, Jen, ey. Kann man so eine Figur empfehlen? Weil der redet die ganze Zeit von verheirateten Pärchen und warum die Liebe nach der Heirat nicht mehr da ist. Das sind manchmal so banale Storys, aber die sind echt gut. Es geht darum, dass wirklich, wie der Titel das ja sagt, fünf Sprachen der Liebe. Thor und ich, wir sind jetzt bei Sprache zwei. Ich will nicht so viel spoilern. Doch. Wir sind noch bei Sprache zwei. Nee, nee, noch seid ihr zwei. Noch. Aber kann man, man kann auch alle haben, oder? Höre weiter. Mann. Das wird sich schon noch rauskristallisieren. Okay. Ja, wir hören immer, also vorgestern Abend zum Beispiel haben wir achtsam morden die Stunde gehört im Bett. Also wir wechseln tatsächlich immer ab, wir switchen so ein bisschen hin und her. Krass. Könnte ich gar nicht. Nee? Nee. Nee. Ich muss immer eins, ich muss immer eins hören und dann bis zum Ende. Nee, solange das immer ein anderer Typ ist, der das einliest, dann geht das. Wenn es der gleiche lesen würde, ist schwer. Seid ihr beim ersten noch bei achtsam morden? Ja, ja, ich hab auch wieder neu angefangen, weil ich im Toro ja mit einsteigen wollte. Ihr habt wirklich so ein Ding für euch beide geschaffen. Ich bin dezent neidisch und sehr stolz auf euch. Was meinst du? Was meinst du? Na ja, wer kann von sich und seinem Partner behaupten, dass die so viel an sich arbeite, selber arbeiten und dann aber auch noch gemeinsam an sich arbeiten. Das ist, glaube ich, sehr selten. Das ist richtig geil. Das macht voll Spaß. Wir haben das noch letztens, wir haben die fünf Sprache in der Liebe beim Auto gehört. Da standen wir ewig im Stau, dreiviertel Stunde. Wir haben uns mal angeguckt. Wir haben immer genickt. Immer wenn er irgendwas gesagt hat, was stimmt, immer angeguckt. Und Händchen gehalten. So richtig süß. Und dann hat er immer pausiert und hat immer kurz reflektiert und noch mal wieder gegenehm, was er gesagt hat. Das ist schon cute. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Also, das ist mal so eine Annahme. Es ist, glaube ich, selten. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, selten, dass sowas passiert. Weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall... Ich erkläre das mal so. Also, ihr müsst das so vorstellen. Thor und ich, wir haben uns ja am Anfang kennengelernt und wir waren... Wir waren halt so zusammen, war halt cool, wow. Waren viele Punkte, an die man so geägt ist auch. Aber jetzt nicht so mega im negativen Sinne. Also, wir hatten trotzdem nie Streit gehabt irgendwie. Sondern irgendwann haben wir dann angefangen, tatsächlich reflektiert drüber zu sprechen. Was ich nie aktiv in Beziehungen gemacht habe. Beziehungsweise, was viele in Beziehungen nicht aktiv machen. Zu sagen, ey, pass mal auf. Wir reden jetzt mal. Ja? Das ist geil, das ist geil, das ist nicht geil, das ist nicht geil. Wenn wir weiter funktionieren wollen, müssen wir das machen, das machen und vielleicht das ändern. Beziehung bedeutet ja auch Arbeit, ne? Immer. Ja, und jetzt ist es halt irgendwie wie so ein Selbstläufer. Das macht halt mega viel Spaß. Das macht so viel Spaß. Das ist wild. Wachst ihr dadurch denn mehr zusammen? Ja, voll. Ich fühle mich wie so ein Klumpen. Wie ein Klump. Ja, natürlich wächst man da zusammen. Ich fühle mich wie ein Klumpen. Wir sind ein Lehmklumpen und wir formen uns gerade gemeinsam. Wir werden diamesische Zwilliger. Ja, aber das Geile ist halt auch, dass wir halt mega gut zusammen funktionieren. Aber wir funktionieren halt auch einzeln. Ne, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt stirbt, wenn man weiß, der andere ist jetzt zwei, drei Tage weg. Oder man muss sich immer den ganzen Tag schreiben, wenn man mal den ganzen Tag weg ist. Man schreibt halt mal eine süße Nachricht und das reicht. Es ist halt nicht so dieses Abhängigkeitsding. Ja. Schön. Sehr schön. Ja. Ja, ja. Ansonsten, wir hatten diese Woche unsere auch frische Impfung gehabt. Das war auch... Ich war halb tot danach, aber ja. Alter, ich finde das so krass. Ich meine, jede Impfung hat ja Nebenwirkungen. Also was heißt Nebenwirkungen? Das heißt ja nicht Nebenwirkungen. Das heißt ja Impfreaktionen. Ja. Dass so viele immer noch der Meinung sind, dass das so unnormal ist. Das hat mich sehr erschrocken. Das hat mich sehr, sehr erschrocken. Ja, du. Es kursiert viel durchs Internet. Ja, allerdings. Viel Wissen. Manches vielleicht nicht ganz so richtig. Ja. Ja, das haben wir jetzt auch hinter uns. Das ist doch schön. Ja. Muss ich ja auch mal machen. Noch. Fühlst du dich danach auch so richtig kränklich oder nicht so? Ne? Ne, ich hab ne sehr beschissene Angewohnheit. Ne beschissene Angewohnheit? Ja. Ja. Das nennt sich Wille. Und ich hab immer so... Gibt's nicht. Durchhängen gibt's nicht. Wie, Lu? Durchhängen gibt's nicht. Okay. Ich hab ganz oft solche... Ich weiß gar nicht. Ich versuch das mal... was in meinem Kopf vorgeht. Es gibt Tage, da liegt man morgens einfach mal am Bett. Ja. Dann will man eigentlich gar nicht aufstehen. Ja. Und in meinem Kopf, ich zitiere mich selber, du dummer Motherfucker und hoch mit dir. Und das geht zwei, dreimal und dann stehe ich auf. Und ich kann auch... Also deswegen hab ich auch meine Schulter kaputt gemacht. Ja. Hör auf zu jammern und geh rin. In der Garage. Deswegen klappt das mit dem Sport auch so extrem gut. Also auch so dieses Spazierengehen und ganz viele Hörbücher hören, weil wenn ich so richtig da reingebissen habe, dann häng ich da wie so ein Hund, weißt du? Diese Kampfhundin, die dann so am Arm hängen und die dann so nicht abkriegst, weißt du? Oder die trainierten Hunde, sagen wir mal so. Ne, keine Kampfhunde. So einer bin ich dann immer. Ich hab auch bei den Impfungen... Also ich war schon gut angeschlagen, aber hab mich so hängen lassen. Das ist eine sehr beschissene Angewohnheit. Das ist sehr beschissen, ja. Aber gerade als du das erzählt hast, hab ich in dir gerade irgendwie einen Hundemensch gesehen. Wie Hundemensch? Ich glaub, du bist ein Hundemensch. Alter, wenn du einen Hund hättest, der hat voll das geile Leben bei dir. So aktiv, wie du bist. Ja! Wegen Haustier? Ja, als Haustier. Ich glaube, auch wenn richtig so richtig Schlamm ist und so, gehst du trotzdem so richtig powern mit denen raus. Na, sieh. Ja. Du warst gestern im Regen spazieren. Koffelt, quatschnas. Hol dir mal einen Hund. Nee, das geht nicht, Jen. Weil ich hab leider... Mein Tag ist sehr, sehr voll, dass ich nicht genug Zeit hätte für den Hund. Und so Hunde, die ich gerne hätte, das... Wahrscheinlich so richtig aktive auch, ne? Dobermann. Ja. Nee, nicht Dobermann. Quatsch, nicht Dobermann. Rottweiler. Ja, na dann, alles klar. Ich möchte gerne... Also, falls ich irgendwann mal in den Genuss komme, ein Grundstück zu besitzen, mit genug Fläche, dann wird's auf jeden Fall ein Rottweiler. Ah ja. Ja. Ich liebe Rottweiler. Das sind so schöne Familienhunde. Ja. Voll. Und Gnade, ihr Gott, du kommst auf das Grundstück. Nicht geil. Das ist natürlich von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Das finde ich halt so geil, aber das machen viele nicht. Die setzen sich halt nicht so mit der Rasse auseinander. Wenn du weißt, okay, also ich wusste von Anfang an, ich hab Bock auf einen faulen Hund. Ich hab Bock auf einen Labrador, der treu doof ist, der natürlich seine Bewegung braucht, aber der halt auch erfaulen kann wie sonst was. Das ist lazy zum Beispiel. Bei dir stell ich mal wirklich so einen richtig aktiven, großen Hund vor. Rottweiler. Aber ich glaub, Rottweiler sind auch nicht so aktiv. Das weiß ich nicht. Ich hab mich nicht mit Rottweiler auseinandergesetzt. Ich mag Beschützerhunde. Ja, Rottweiler. Ja. Beschützerhunde sind schön. Aber wie gesagt, geht nicht. Ja. Ist nicht genug Zeit da, dass der Hund ein sehr, sehr schönes Leben hätte. Aber vielleicht später. Irgendwann mal. Ja, außerdem habe ich zwei Katzen. Die sind auch aktiv am Schlafen. Würden die sich mit einem Hund vertragen, weißt du das? Keine Ahnung. Also BJ verteilt auf jeden Fall erstmal eine Kelle, glaube ich, damit der Hund weiß, wo der Dings langläuft. Und Mozart wird sich wahrscheinlich die ganze Zeit auf den Rücken setzen. Los, lauf, los! So ein Ding ist das, glaube ich. Wild. Jetzt haben wir... Ja? Jetzt haben wir... Ja, was? Nee, mach du. Was wolltest du sagen? Jetzt haben wir was? Was? Ich hab den Faden verloren. Okay. Ähm, wir haben uns heute vor dem Podcast Gedanken gemacht, so, über was reden wir denn heute? Und dann habe ich gesagt, lass doch mal über was ganz anderes reden. Ich meine, ja, wir sind so richtig krass reflektierte Menschen. Ein Lob stinkt. Also, Nils, ist so ein krass reflektierter Mensch. Mein Lob stinkt auch. Jetzt sei ruhig! Okay, ich bin ruhig. Ich moderiere weiter. Und dann sage ich, wir reden jetzt mal über was anderes. Wie wärst du mal mit Gaming? Nils. Gaming? Ja! Wow! Erzähl doch mal, wie bist du denn in deinem Leben zum Gaming gekommen? Wird eine lange Geschichte. Na, erzähl! Äh, ich hab, als Kind war ich, also meine Jugend oder Kindheit war immer draußen. Also, ich war wirklich, bin früher mit dem Fahrrad kilometerweise täglich gefahren. Bin am Strand groß geworden. War eigentlich die ganze Zeit immer nur unterwegs. Und irgendwann, was ich übrigens super witzig finde, ne, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich war als Kind oder so als junger, äh, junger, also Jugendlicher, war ich immer ganz viel Sport mache und ich war trotzdem immer fett. Okay, ja. Jetzt, jetzt geht die meinem Plan auf. Ich war früher, als so Sommersaison war, war ich so sechs, sieben Mal in der Woche Beachvolleyball spielen, Fahrrad fahren, das ganze Zeug und ich war immer fett. Was hast du gegessen? Getrunken? Äh, ganz weird eigentlich. Na, Oma hat halt immer viel Essen gemacht. Nein, du hast wahrscheinlich so richtig, ist mir eigentlich egal, was ich esse, gegessen. Ja, genau. Ja, genau. Aber ich hab mich auch so viel bewegt, dass... Ja, krass. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, schön, dass wir mal drüber geredet haben. Ja, irgendwann, also dann, denn so in meinem Abi hab ich meinen Kumpel kennengelernt, der gute Holla. Ja. Und, äh, der hatte damals immer so Computer und die haben, der hat schon ganz früh mit seinem Bruder... Welches Jahr war das? 2004 oder 3? Okay, ja. So was in dem Dreh? Ja. Hab ich mit meinem Kumpel damals irgendwie... Also Computer hatte ich schon, aber ich hab also zwischendurch ja immer mal ein bisschen gespielt, aber nicht wirklich bewusst. Und der hatte damals Enemy Territory gespielt. Das war for free damals, das ist Wolfenstein, das konnte man sich runterladen. Und wir haben dann, äh, wir haben dann ein bisschen immer mal bei ihm gesessen und gezockt. Und der hatte damals auch den allerersten DSN, äh, DSL-Anschluss. So eine 700kb Download-Geschichte. Alter, krass. Auf Flatrate schon, also war die erste mit Flatrate. Dann, äh... Ja. Haben wir da immer ein bisschen gezockt und dies und das. Und dann musste ich meinen Vater die ganze Zeit belabern, dass wir endlich Internet kriegen, weil wir hatten noch so ein 56k Tüdelü-Modem hier. Und dann hatten wir damals, das weiß ich noch, so eine Freenet-Flat mit 5 Gigabyte Traffic im Monat. Wow! 5 Gigabyte Traffic, ey. Das ist heute ein Bild bei Instagram angucken. Ja. Ähm... Und dann musste ich, da weiß ich noch, hatte ich auf dem Desktop immer so einen Counter für Net-Traffic. Mhm. Weil wenn du mehr gemacht hast, musstest du natürlich mehr bezahlen. Mhm. Und das war so der Kompromiss, den ich meinem Vater aus dem Rücken leiern konnte. Und dann habe ich jeden Tag, durfte ich, glaube ich, irgendwie 500 oder ne, 700 MB verzocken. Mhm. Und dann habe ich immer so MB-Zähler gemacht. Aber nur für mich, natürlich nicht für Papa, weil Papa braucht ja kein Internet, so ein Gefühl, ne. Und, äh... Da ging das dann 2004, ging das halt los mit, äh, mitzocken. So mein anderer Freundeskreis, der hat nie wirklich gespielt. Und, äh, mit Holla habe ich mich dann immer so richtig ausgetobt, so auch mit Clan und, äh... Ja, da ging es dann schon, ich hatte dann auch so einen 21 Zoll Röhrenmonitor, also die richtigen Brockenbanger damals. Die hat Papa in der Firma, äh, reparieren dürfen und mitnehmen können. Und dann bin ich irgendwann studieren gegangen und da verflog das so ein bisschen, weil... Oh, keiner hat gezockt von denen. Und dann war das die ganze Zeit immer nur ihr Studienscheiß und BWL-Blödsinn und... Also auf jeder Party war ich eigentlich immer fehl am Platz. Immer. Bis heute noch. Und... Ich habe dann über die Jahre immer mal ein bisschen gespielt. Mal League hier, mal Battlefield, aber immer so mit mir alleine und mal jemanden im Internet kennengelernt. Und... Ich glaube 2000... Wann war denn das? 2011 oder so ist mein damaliger Mitbewohner ausgezogen. Und... Dann haben wir uns gekracht, weil er mir mal wieder irgendeinen Scheiß wegen Gaming und so einen Plunder erzählt hatte, dass das nicht cool ist. Und, äh... Dann ist er ausgezogen, dann habe ich angefangen zu streamen, weil ich es dann endlich mal so eine Menschheit um mich rumschauen wollte, die wirklich nur Gaming und das... Also die mich halt so mögen, wie ich bin, ohne irgendwelche Sondergleichen. Mhm. Oh, dann habe ich 2013 angefangen, richtig zu zocken und, äh, zu streamen. So spät eigentlich hast du erst angefangen. Ja. Ich habe aber auch alle Freunde aus meinem Leben rausgeschmissen. Krass. Ich habe nur noch einen einzigen von ganz früher. Ist das jetzt gut? Ich sage mir immer so, Jen, ich bin da halt konsequent so, ne? Ja. Das muss auch konsequent stattfinden. Wenn du die ganze Zeit an mir rummeckern möchtest und rummekeln möchtest, dann, äh, verpiss dich. Weil, warum soll ich mich damit, äh, beschäftigen? Wenn du eh keinen Bock hast. True. Das ist halt die, die Arbeit nicht wert, ne? Ja. Und, na, ich, 2003 habe ich angefangen und jetzt bin ich seit neun Jahren in diesem Ding hier, so. Krass, du warst nämlich ja Real-Life-Mensch und hast du spät erst angefangen. Ja, ich war aber auch in Real-Life nicht gut. Ich habe da auch reingesagt. Ich sage es, wie es ist. Das Beste, was ich gemacht habe, war, äh, also wirklich das Beste war, an der Tür zu stehen und meinen Beschütterinstinkt auszuleben, so. Da war ich immer sehr gut drin, ne? Und nicht zu trinken und immer auf die anderen zu achten, so. Also, natürlich habe ich ja auch getrunken, logischerweise, irgendwann, aber das hat sich ja auch irgendwann gegeben, so. Ich war schon, ich war schon oft und viel so ein Loner, aber. Du bist dann immer der, den man immer mit, gerne mitnimmt, wo man auch sagt, der, der trinkt eh nichts, gefährt. Der bin ich, ja. Oh! Ich bin aber auch der, der dann irgendwann einfach verschwindet, den ich gucken muss, dass er dich wiederholt. Der bin ich auch. Also, ich bin da, bei sowas bin ich auch super konsequent, so. Wenn ich keinen Bock habe, dann gehe ich einfach. Ja. Das passiert sehr häufig. Gut. Gut, genau. Aber ich komme auch wieder und hole dich dann. Das ist gut. Soll ich auf der Gamescom dieses Jahr? Mhm. Okay. Ne, habe ich nicht geplant. Vielleicht komme ich spontan irgendwie vorbei, aber geplant ist nichts. Ich habe gerade so, ich dachte gerade so, Twitch-Party, ich weiß ja nicht, wo das ist. Okay, Disney kann fahren. Ich fahre, also ich fahre immer so. Äh, ja. Ich fahre auch nicht bei anderen mit. Weil ich habe, ich weiß nicht. Ich war ja nicht gerade. Ich bin noch nie gefahren und du hast bei Apple, nee. Das würde doch nicht passieren. Das würde nicht passieren. Mhm. Mhm. Ich habe, weißt du, das ist so ein Ding aus meiner, das ist so ein Ding aus meiner, meiner, meiner Kindheit. Diese, die Abhängigkeit von anderen Menschen. Ja. Auf Partys, zum Beispiel, wir kennen es alle aus der 20er, auf Partys zu sein, ach komm, wir nehmen dann die nächste Bahn. Ach komm. Und dann sitzt du da und in Dresden war das immer so, die Bahnen sind zwischen zwei und fünf, glaube ich, nie so regelmäßig gefahren. Mhm. Und dann habe ich so viel Zeit meines Lebens verschwendet, irgendwo in der Ecke zu sitzen und keinen Bock auf die Scheiße zu haben, dass ich mir irgendwann gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt euch alle mal am Arsch lecken. Wenn ich gehen will, gehe ich. Ja, richtig so. Und deswegen fahre ich auch nirgendwo mit, weil, wenn ich fahren will, fahre ich los. Nicht du und dann geh ich dir nicht auf den Sack und mach dir deine Party kaputt, sondern ich fahre einfach. Okay. Naja, wir kennen alle diesen einen Dude, der keinen Bock auf irgendwas hat und der muss irgendwo mitfahren und dann, ey, können wir losfahren, können wir dies, können wir das, weil ich will ja auch, dass die anderen Leute trotzdem ihren Spaß haben. Richtig. So, aber ich kann dann sagen, wisst ihr was, so, peace out. Ich gehe. Ja. Man kann sich anfließen. Already. Oder man lässt sich halt holen. Ja. Ja, krass, ich dachte, du hättest viel früher angefangen tatsächlich mit Spielen. Naja, also ich hatte immer Berührung, ich hatte auch immer ein Game Boy und ein Sega, Master, aber das hat mich alles immer gar nicht so wirklich gereizt. Krass. Jetzt kommst du und saß wahrscheinlich mit vier auf dem Teppich vorm Fernseher, oder? Ja. Okay. Also. Also. Ich bin 1994 geboren. Alter, was? Ja. Was? Was? Nee, ja. Ja, die 1994er Kids, die wären dieses Jahr 28, du. Ja, das ist wieder dieses Mindblow, ne? Ey, die 2000er, die wären 22. Jetzt hat das, jetzt hat das gerade mal wieder, das ist immer dieser kleine Realisierungspunkt, wie, 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 wie alt das schon alles ist. Also, 1994 geboren. Mein Papa hat, glaube ich, auf dem Bau gearbeitet und er hat immer irgendwelche Spiele mitgebracht. Ich glaube, wir hatten damals die Playstation 1, hat er damals Fresh mitgebracht gehabt, da war es, das war, glaube ich, 19... Boah, ich will ganz kurz gucken, wann der Release war. Wenn es mich nicht täuscht, war es 1997, wann mal Playstation 1 Release. Ja, es war 3. Dezember 1994. Ich glaube, 96, 97, dann die Playstation. Da war ich drei und da hat er doch immer Spiele mitgebracht, so Rayman und so war das immer irgendwie so ein kleiner grüner Drache und sowas. Und da saß ich schon mit drei auf dem Teppich vorm Fernseher und hab so auch Kampfspiele gespielt. Und es gab immer ein, es gab auch immer eine Figur in irgendeinem Kampfspiel, der hat mir sehr viel Angst gemacht. Das habe ich auch noch sehr prägend im Kopf. Dann habe ich mit fünf meinen Gameboy bekommen. Ich glaube, es war sogar schon der Gameboy Color. Da waren wir auf dem Flohmarkt und da gab es auch die Pokémon Gelbe Edition. Und da habe ich schon Pokémon Gelb gespielt. Habe ich auch komplett, ich konnte nicht lesen, ich habe es aber durchgespielt bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Und dann mit sechs, irgendwann bin ich in die Schule gekommen und habe ja dadurch, habe ich ja noch krasser lesen können. Weil ich habe ja diese Spiele gespielt und ich wollte wissen, was diese Dialoge sind. Das heißt, ich habe ja so viel mich mit Buchstaben und Sätzen und alles auseinander schon gesetzt. Das war mein großer Vorteil. Ich habe auch immer richtig, ich habe immer Bienchen ins Hausaufgabenheft bekommen, weil ich so gut lesen konnte. Habe auch schon, ich habe mich mit englischen Wörtern sowas wie Gentleman oder Magistar oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, habe ich mich ja schon auseinandergesetzt mit sieben Jahren oder so. Kann ich kurz eine Schulanekdote wegen diesem Lesen einwerfen? Was denn? Also, Klein Nils kam in die Schule und an der Tafel hingen alle Namen von den Schülern, die man sich dann wegnehmen musste. Ja. Klein Nils war so clever, weil er das nicht wusste und hat bis zum Ende gewartet, bis nur noch zwei dran erhängen. Rate mal, wer den falschen Namen rausgepickt hat. Dein Ernst? Ja. Man prägt sich doch mal ein, wie sein Name geschrieben wird. Ich war nur draußen, Jen, wirklich. Nur. Ach, schrecklich, dieses Hausbilds-Volk. Ich habe halt nur geströbt, gemacht, so. Ja. Also, ich konnte hier Kleckerbogen bauen von fünf Meter Höhe, aber lesen konnte ich nicht. Krass. Ich bin halt nie rausgegangen. Also, ich war immer Großstadt, Leipzig. Also, um abgesehen davon, dass meine Mutter wollte eh nie, dass ich rausgehe. So, die hat halt immer Angst um ihre kleine Tochter und da passiert ja was. Ja. Bin nie rausgegangen. Ich meine, wir hatten einen Garten gehabt, da bin ich so ein bisschen mit aufgewachsen. Hatte ich aber auch mal meinen Game Boy mit. Da habe ich einen Nintendo 64 gehabt zu Hause. Und dann hatten wir immer, wir hatten damals AOL, wir hatten einen PC zu Hause rumstehen. Den durfte ich auch schon nutzen mit fünf, sechs Jahren. Und da habe ich auch immer so ein bisschen, da durfte ich immer auf Disney's Playhouse oder wie das hieß und Mickey House, Wunderland, keine Ahnung, durfte ich immer das Restguthaben haben, sozusagen. Und habe das da aufgebraucht. Habe dann auch am Computer hier mit diesem Lernspiel. Addi gab es damals, das war so ein Alien. Das war, musste man auch kaufen, diese Software. Gab es ganz viele Deutsch, Mathematik etc. Das war so eine Lernsoftware. Ich saß nur vor dem Monitor. Ich war wirklich, von Anfang an, Monitore. Ohne Ende. Und deswegen konnte ich auch schon in der vierten Klasse zehn Finger schreiben. Also mit zehn Jahren konnte ich zehn Finger schreiben von der Tastatur. Das war insane. Und vor allen Dingen, als in der fünften Klasse dann Informatik losging und alle so, okay, wir lernen heute die Tastatur kennen. Und ich saß da, let's go, ich kenne alles schon. Das war aber richtig witzig. Ich habe mich immer richtig mit rumgeflext, weil die alle noch gebraucht haben. Und ich, radda, radda, radda. Ich bin fertig. Habe ich immer andere Aufgaben bekommen. Ja. Und dann habe ich irgendwann meinen eigenen PC gekriegt mit, mit, äh, elf habe ich meinen eigenen PC bekommen. Das war 2005. 2005 mein eigener PC. Dann habe ich angefangen mit Chatrooms, mit Knuddels, mit Habbo Hotel. Ähm, ganz viele, äh, hier diese Rhythmusspiele, dass ich die Pfeile und so tippe, ganz schnell zu einem Rhythmus. Und, alter, ich habe so, ich habe einfach nur gezockt. Und irgendwann war das meinen Eltern zu viel. Ist selber schuld, ne? Also wenn ich schon so früh damit in Berührung komme. Dann wollten die mir immer PC-Zeiten setzen. Bin dann trotzdem immer heimlich an den PC gegangen. Habe dann auch einen Laptop gehabt. Bin dann immer unter die Bitdecke mit meinem Laptop gegangen. Habe da gezockt. Ja. Da habe ich dann meine erste Fernbeziehung auch gehabt. Meine erste Fernbeziehung ging fünf Jahre sogar. Ähm. Hast du über Knuddels kennengelernt? Ne, habe ich in S4 League kennengelernt. Das ist alles ein Shooter-Game. Ich habe, äh, habe ich über ein Shooter-Game kennengelernt. Meine zweite Fernbeziehung habe ich auch in einem MOBA kennengelernt. Das war dann fünf Jahre später. Die ging vier Jahre. Ey, ich habe wirklich alles online. Ich bin nie rausgegangen. Deswegen, äh, aktuell gehe ich so viel raus, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Das hole ich gerade raus. Aber meine Beziehung habe ich auch online kennengelernt. Die Beziehung habe ich auch online kennengelernt. Haha, ja. Im Roleplay. Nice. Ja. Äh, ich habe schon sehr früh angefangen. Nintendo 64, Tour Talk, Pokémon Stadium. Alles durchgehustelt. Ja. Ich bin ein richtiger Nerd. Eigentlich. Schön. Aber dafür bin ich eigentlich... Deswegen, ich finde das immer so schwierig zu sagen. Ja, Kinder sollten nicht so viel ein PC sein. Also, wenn ich mich jetzt zwar angucke, denke ich, bin ich eigentlich ganz gut entwickelt. Das hängt ja auch von den Charakteren ab, die dahinter sitzen. Ja, das stimmt. Aber findest du, dass wenn man als... Wenn man... Wenn du als Neugeborenes zur Welt kommst, dass du wie so ein leergeschriebenes Papier bist? Oder ob du schon so ein bisschen die Charakterzüge schon vorgeschrieben hast im Kopf? Na, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Ich überlege gerade. Keine Ahnung. Ich habe Wissenschaft... Das frage ich mich. Ob man wirklich so ein leeres Musterpleb ist, was zur Welt kommt. Du wirst beschrieben. Oder hast du schon Züge? Ich denke schon, dass du... Also, du wirst ein bisschen was von Muddy mithaben, gehe ich von aus. Bisschen. Aber du wirst nur unbeschriebenes Blattpapier. Aber woher kommt dieses von Muddy? Weil das muss doch... Von aus dem Körper. Du bist ja an deine Mama, bist ja mit deiner Mama verbunden. Ich meine das alles im Kopf, diese Eigenschaften. Ja, dein Kopf ist, glaube ich, einfach Dad. Da ist nichts drin. Das meine ich. Weil du meinst, naja, du wirst was von Muddy haben. Aber was meinst du? Du meinst jetzt Charaktereigenschaften oder Aussehen? Aussehen. Nein, ich rede von Charaktereigenschaften. Ich glaube nicht, dass du was hast. Weil du wirst ja erst geprägt dann. Ja. Das interessiert mich, was... Also, wenn ich jetzt sage, wenn ich spiele ein Kind, werde ich gerne ein selbstbewusstes, dies, das. Und dann hätte ich gerne so einen Ratgeber, wo steht, dafür musst du das machen, wie so eine Quest. Du musst dann das machen, das machen, damit dein Kind... Du musst dein Kind das nur vorleben. Ja. Dein Kind übernimmt ja am meisten von deinen Eltern. Das stimmt. Deswegen sitzt du ja jetzt auch in Therapie. Falls du dich daran erinnern kannst. Ja, ich erinnere mich. Weiß nicht. Kannst du eventuell von deinen Eltern mitgenommen haben. Ja. Ja, aber ich bin dann richtig krass, bin eine krasse Motherfuckerin, dann kriege ich ein krasses Kind und dann wird das ja auch... Dann solltest du ja automatisch auch ein krasser Motherfucker werden, oder? Also, ich glaube, da ich mich damit ja jetzt ein bisschen auseinandergesetzt habe im letzten halben, dreiviertel Jahr, Parenting ist nicht so einfach. Das stimmt, ich weiß. Du wirst... Also, ich glaube, es ist nur eine Vermutung, ich bin kein Elternteil, dein Kind wird dich in den Wahnsinn treiben, weil du permanent Schlafmangel hast und unter Schlafmangel funktionieren Menschen sowieso nicht so gut. Ich weiß nicht, wie gut du unter Schlafmangel funktionierst. Also, ich entsinne mich so an einige Folgen, wo dein Schlafrhythmus noch nicht so war, nicht so gut. Ja, das mag sein, aber es kann auch Kinder geben, die schlafen durch. Jetzt lachen ganz viele sich ins Fäustchen. Würde es auch geben, ja. Also, bitte. Wie gesagt, ich bin kein Elternteil. Ich stelle mir nur Kind kriegen, die ersten Jahre ist absoluter... Also, das erste Jahr stelle ich mir echt anstrengend vor, aber so ab zwei, drei, weil es schon voll cool ist, weil es dann anfängt zu reden, und dann kommuniziert das mit dir, das Ding, und dann fängt das an zu laufen. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, du bist in der heutigen Zeit einer der wenigen. Ich weiß. Aber ich bin richtig im Babyfieber. Das ist voll schlimm. Ja, aber ich habe das unter Kontrolle. Ich habe das unter Kontrolle. Ja. Ich möchte, solange ich in Berlin lebe, kein Kind zur Welt bringen. Jen, das geht manchmal schneller als du. Ich weiß, aber dann ziehe ich ja ganz schnell weg. Und schwuppdiwupp ist der Braten in der Höhre. Ja, aber nee. Aber es wäre schon cool. Aber nee, nicht jetzt. Aber es wäre schon cool. Aber nicht jetzt. Also der Wunsch ist auf jeden Fall da, zu 130 Prozent, ja. Das ist schön. Ja. Ich habe meinen Wunsch wieder abgelegt. Ah. Was heißt jetzt? Oh. Ich habe meinen wieder abgelegt. Kann man eigentlich, wenn man eine alleinige Person ist, kann man adoptieren eigentlich? Ganz schwer. Geht nicht, ne? Ganz schwer, ja. Aber geht es? Das frage ich mich, ob das geht. Also ich habe mich damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich irgendwann auch gesagt habe, so ey, dann adoptiere ich halt. Ja. Aber ist ganz, ganz schwierig. Also da musst du schon, da musst du echt viel Glück haben. Da musst du, ich weiß gar nicht, die kommen ja nach Hause und so. Ich glaube, da musst du einfach so ein Vorbildleben führen. Habe ich doch. Für mich. Für dich, ja. Aber adoptieren, ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen. Ich glaube, ich könnte nicht adoptieren. Weiß ich nicht. Musste ich mich noch nicht mit auseinandersetzen. Ich habe das nur, wie gesagt, mal grob angelesen. Ja. Okay. Weil man hat ja auch seine innere Uhr als Mann irgendwie so ein bisschen. Aber, aber auch so, wo man denkt, oh scheiße, du musst jetzt mal. Na ja, wenn du dir das mal so überlegst, ne. Also wirklich rein faktisch gesehen, du lernst jetzt jemanden kennen, machst ja nicht im ersten Jahr gleich ein Kind. Also ich sowieso nicht, weil ich komme ja aus einer, aus einem Elternhaus, was nicht so geil war und das will ich ja meinem Kind nicht anbieten. Ja. Das heißt, da würden schon wieder drei Jahre ins Land gehen. Da bin ich 40. So, wenn mein Kind 18 ist, bin ich 58. Das heißt, ich kann mit meinem Kind eigentlich die große, schöne Zeit, wo es aktiv ist, gar nicht mehr bewusst ausleben. Weil irgendwie, das Alter würde ich ja immer limitieren. Irgendwie in irgendeiner Form. Ja. Das heißt, ergo, wenn ich mir das normal, realistisch hochrechne und das verantwortungsvollen Kind kriegen möchte, bin ich schon drüber. Hm. Jetzt setzt du meiner inneren Uhr Druck. Was heißt deine inneren Ruhe? Naja, bei euch ist es ja biologisch gesehen irgendwie. Bei Männern ist es glaube ich auch biologisch, dass da irgendwann die Schwimmer nicht mehr die Burner sind. Ja. Aber es ist ja, wenn du dir das mal, wenn du dir das mal überlegst, früh ein Kind zu kriegen, ist halt einfach besser, weil du hinten raus mehr noch von deinem Leben hast. Ja, das stimmt. Ich habe letztens geguckt, so die jüngste Mutter der Welt. Das ist ja heavy. Ich glaube, das war sogar, warte mal, was schätzt du, was die jüngste Mutter der Welt war? 9, 10, 5. 5? 5. Oh. Die ist auch, so wenn du googelst, du findest auch Bilder von der und so. Die hat mit 5 ein Kind bekommen. Es wird aber nicht darüber gesprochen, wie. Ist wahrscheinlich safe Missbrauch gewesen, 100 pro. Aber die Wissenschaftler haben sich halt damals drum gerissen und deswegen wollten die halt unbedingt, dass sie das Kind auch bekommt. Ähm, das ist insane gewesen, tatsächlich. Also 5. Du musst überlegen, wenn du mit 5 ein Kind kriegst, wenn du 18 bist, ist das Kind 13. Das ist super weird. Super weird. Aber auf jeden Fall, also ich denke realistisch, wenn du mit, ich weiß nicht, wie es früher war, ob du früher mit 16 schon Kinder bekommen hast? 16, 17, 18 so, ne? Im Dreh, 17, na. Ja, mit 17, wenn du 34 bist, ist dein Kind 17. Das ist schon cool. Also im Nachhinein ist das echt geil, finde ich. Das ist aber heute nicht mehr, ist heute nicht mehr der Fall. Nee, auf gar keinen Fall. Das würde, das ist glaube ich, unser gesellschaftliches Bild hat sich so sehr gewandelt, dass das nicht mehr Normalität ist. Ja, das stimmt. Weil heute möchten beide Parteien Karriere machen, was sehr, sehr schön ist und auch sehr, sehr gut ist und da bin ich auch definitiv dafür. Guck mal, du bist jetzt 27, du hast deinen Kinderwunsch und du sagst immer noch, du willst es rausschieben. Ja. Also der Zeitstrahl von dem, sag ich mal, ja wie willst du das jetzt sagen, durchschnittlichen Pärchen hat sich um locker fünf bis zehn Jahre verschoben. Ja, safe. Safe. So, plus, dass ganz, ganz viele auch einfach in der heutigen Zeit oder in der jetzigen Situation keine Kinder mehr kriegen möchten. Also ich habe bestimmt zwei Hände voll Frauen kennengelernt, die keine Kinder haben möchten. Ja. Das stimmt. Habe ich auch schon oft gehört. Also es ist, glaube ich, sehr selten geworden. Also ich rede, ich rede nicht von Unfallkindern, ne? Also Unfall in Anführungsstrichen. Sagen wir, nicht geplante Kinder. Genau. Sondern wirklich, wo Menschen sich geplant hinsetzen und Kinder kriegen wollen. Ja. Das ist sehr, sehr wenig geworden. Das wird auch immer weniger. Wird es auch. Aber ich halte trotzdem daran fest. Du wirst definitiv Mutter werden. Das steht gar nicht zur Debatte. Du wirst hundertprozentig Mutter werden. Und das dauert auch nicht mehr lange. Das dauert nicht mehr lange, sagt er. Naja, das Ding ist, pass auf, gehen wir mal wirklich realistisch ran, ja? Ja. Du legst gerade dein Fundament in deinem Leben. Ja. Also du drehst gerade, du ackerst an allen Ecken und Enden, um alles aufzuarbeiten, was in deinem Leben passiert ist. Ja. Du legst dir dein Fundament für deinen Job. Ja. Machst dir da gerade dein Nest. Du hast den Bagger, mit dem du Bücher hörst, reflektierst und ihr eigentlich ein Guss seid. Also eine Lebenmasse. Ja. Also wenn der da nicht dir bald einen Schwimmer reinknagelt, so, dann würde mich das wundern. Wie lange ist das jetzt? Ein Jahr seid ihr jetzt, glaube ich, liegiert oder so? Dreivierteljahr. Dreivierteljahr so. Ihr geht durch dick und dünn. Das dauert nicht mehr lange. Weil dir irgendwann auch einfach, und das sage ich dir so, wie es ist, und das ist meine Wahrnehmung, weil dir auch irgendwann langweilig wird, weil du brauchst die Herausforderung. Ja. Dauert nicht mehr lange. Das klingt halt so weird, aber ich habe halt wirklich, ich habe so richtig Bock auf dieses Kindergeschrei und auf dieses, ich kümmer mich, ich kann nicht, ich habe ein Kind und sowas. Ja. Ich sage ja, das dauert nicht mehr lange. Und darüber werdet ihr wahrscheinlich auch sooner denn later ausführlich sprechen, wenn ihr das nicht sowas schon tut. Das habe ich schon. Siehst du? Naja, man muss ja so just in case, ne? Ja, ist ja richtig. Ja. Aber ich versuche jetzt trotzdem noch so alles zu machen, was ich wirf, was ich Bock hab, dies, das. Ich will deswegen, deswegen die Leute sagen immer, hey Jen, du bist so auf dem Urlaub, warum? Ey, ich will reisen ohne Ende. Ich will so viel aufholen. Ja, wenn du es jetzt schon machst, kannst du es später noch machen. Und jetzt dein Kind kriegst, kannst du es später machen. Ach so, ja. Das ist ja eben die Mentalität, pass auf, das ist ja die Mentalität, die sich so gewechselt hat. Unsere Eltern haben früh Kinder gekriegt und haben später angefangen zu reisen. Ja. Weil sie ein gemachtes Nest hatten, sie haben sich vermehrt. Ja. Und heute ist es halt, ich will mich ausleben. Ja. Ja, ich will mich ausleben. Zack, bist du 30, 33, 34, 40. Ja, schön, dass du dir ausgelebt hast, aber vermehrt hast du dich auch nicht. Ja. Und dann kommt der, dann kickt das halt rein, so ich habe einen Kinderwunsch. Also es, wie gesagt, mit mir ist das alles fein, so können die Leute machen, aber wundern müssen sie sich nachher am Ende nicht, so. Ja, 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 ja. Also wenn ich jetzt wirklich mal, wenn ich mal ganz freche Prognose stellen darf, bis zum nächsten Jahr kriegst du ein Kind. Ich? Ja. Nee. Das ist doch meine Prognose. Nee. Ende des Jahres. Weiß ich nicht. Du lebst halt gerade auf einer, du lebst halt gerade so sehr auf der Überholspur, dass du wahrscheinlich nächstes Jahr sagst, ach komm, let's go, Toro. Rein den Braten in die Röhre. Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Ich will keinen Jungen. Ich will süße Kleider haben. Bitte? Ich will süße Prinzessin in Kleider. Vielleicht wären es auch zwei. Oh, Zwillinge wäre auch geil. Oder ihr macht zwei Kinder. Oh, imagine Zwillinge. Oh, zwei blonde Mädchen. Ach. Die neuen TikTok-Stars, du. Nee. Und jetzt kommt mir gleich hier nicht mit. Ja, aber... Ach, das habe ich auch schon gelesen. Ja, aber... Da war was... Wie kannst du es... Wie kann man es wagen, das Geschlecht vom Kind zu bestimmen, wenn das Kind noch nicht mal selbst sein Geschlecht bestimmen kann? Das fand ich persönlich... Das fand ich ein bisschen too much, oder? Na, biologische Merkmale sind ja nun mal erst mal da. Ja. Und ein Kind ist nun mal ein Kind so. Richtig. Und wenn es ein Mädel ist, ist es ein Mädel biologisch. Und wenn es ein Junge ist, ist es ein Junge. Ja, ja, ja. Also ich glaube, ein Zweijähriges kann sich nicht aussuchen, wie sie es in deinem Zimmer dekorieren möchte. Ja. Im Alter... Du kannst natürlich im Laufe des Lebens kannst du dem Kind sagen, such dir aus, was du sein möchtest. Kannst du machen. Klar. Das kannst du Menschen aber auch einfach gar nicht wegnehmen. So dieses ich hab'n Mädchen oder ich hab'n Jungen. Ja. Genau, davor hab ich so ein bisschen nicht bamme, aber darüber mach' ich mir so Gedanken. Weil ich bin halt so wirklich... Ich bin ja... Ich bin auch im Kopf so dieses typische man hat'n Mädchen und ich hab'n Mädchen und ich hab' natürlich direkt so... Äh, ja... Süß, lange Haare, blond, braun, Brüschen, Kleidchen, so... Ich bin halt noch das. Also, ne, so dieses typische... Auch wie das halt so... Weiß nicht. Ich will mich da... Ich hab' immer so Angst, dass ich Leuten auf den Schlips trete. Ich ringe immer so nach Worten. Für mich ist halt... Für mich persönlich... Damit greife ich auch niemanden an... Ist einfach dieses... Auch ich... Ich verkörper' für mich persönlich dieses typische Frauen-Mädchen-Klischee-Ding. Ich lieb' das halt. Ich liebe das, ne, niedliche Frisuren zu machen, so ein Blondchen zu sein, niedliche Klamotten, auch mal sexy zu sein, etc. Ist halt für mich halt so dieses typische Mädchen einfach. Ich weiß, dass das, ähm, für viele ähm, Wandel annimmt und dass man das ja nicht so machen sollte, sondern irgendwie anders. Aber da bin ich... Ich persönlich bin da... Naja, weiß ich nicht. Wie soll ich das erklären? Viele, also nicht viele, aber einige verurteilen es halt, wenn ich halt zu einer Frau oder zum Geschlecht weiblich halt dieses Bild vor Augen habe. Wenn ich an Weiblichkeit denke, denke ich an mich. So dieses... Weiß ich nicht. Das ist doch deine individuelle Note, die du nach außen tragen kannst. Ja. Und wenn du gerne dieses Mädchen sein möchtest, dann sei das doch. Ja. Also Menschen, die dir das sagen, sind ja dann genauso wenig tolerant wie... Ja, das stimmt. Ey, wenn Frauen Frauen sein möchten oder ein altes Frauenbild verkörpern möchten, ist das dir ein gutes Recht. Weil das nennt sich nämlich Selbstbestimmung. Hm. Wenn du das verkörpern willst, dann tu das doch. Ja. Und da musst du doch auch keinen auf den Schlips treten. Wenn du dich... Wenn du in den Spiegel guckst und du siehst dich so, dann siehst du dich so. Du gehst ja jetzt aber auch nicht hin und sagst, alle Frauen müssen so aussehen. Ja, das stimmt. Aber du selber. Also wenn du in den Spiegel guckst und du willst dich so sehen, dann sehe ich doch so. Ja, ja, ja. Und wenn Leute das jetzt kritisieren, na, dann sind sie halt einfach ein bisschen intolerant. Ja. Und verkörpern auch nicht das, was sie eigentlich verkörpern wollen. Richtig. Naja. Auf jeden Fall, ja. Mach du? Und wenn, ja. Ne, ich wollte nur noch was dazu sagen. Ne, ich sag, mach weiter, ja. Na, wenn du dein Kind so siehst, dann siehst du ja dein Kind erst mal so. Genau. Das höre ich ja. Am Ende, wenn dein Kind richtig spitz ist in der Birne, kannst du deinem Kind immer noch alles eröffnen, so. Ach, voll. Ey, wenn ich die mir jetzt ruhig schon Kleider anziehe und die sage so, Mama, man mag das irgendwie nicht so, dann sage ich, okay. Dann halt nicht. Dein Kind lernt ja auch erst mal im Laufe der Zeit so. Richtig. Und solange du deinem Kind die möglichen oder die, äh, die nötigen Werkzeuge mitgibst, dich zu adikulieren und Nein zu sagen, ist doch alles cool so. Ja. Ey, selbst wenn der Junge sagen würde, ey, Mama, ich hätte gerne Nagelack. Dann sage ich, ey, welche Farbe? Guck mal, ich habe ganz viel da. Was willst du? Eben, so was. Ich verstehe immer die große Problematik dabei nicht. Natürlich ist das eine prägende Zeit für Kinder, klar. Aber an irgendwel, also ich würde sagen, an irgendwas müssen wir uns ja festhalten. Ja. Also, ich bin, wir wollen alle, oder das ist auch schön, dass wir das wollen, jeder hat so seine Individualität so. Ja. Aber ein bisschen Struktur müsste halt schon drin sein. Ein kleines bisschen. Ja. Weil hätten wir keine Struktur, wären wir ja noch nicht da, wo wir heute sind, alle Mann. Richtig. So. Natürlich kannst du, wie du schon gesagt hast, deinem Kind das nachher selber überlassen, und das ist auch gut so. Aber am Anfang bist du halt einfach Elternteil und musst sein, du kannst ja nicht in ein weißes, klinisches Zimmer dein Kind einfach in ein Bett legen, so. Einfach, ja. So ein weißer Raum, weißes Bett, ein T-Shirt, ein weißes, T-Shirt, eine weiße Hose. Und wenn es halt nur so eine, wenn es halt nur so eine ganz kleine Note von Weiblichkeit ist, also was heißt Weiblichkeit? Eine Farbe oder so. Ja. Aber da geht es ja auch wieder los. Genau. Deine Zimmer, deine Zimmerfarbe ist jetzt auch nicht unbedingt weiblich. Du kannst nicht auch einen Mann reinstellen, der auf rosa, pink oder was auch immer steht. Aber das ist so ein Ding, also ich finde auch pink und rosa und so, ist für mich, das ist halt so schwer für mich. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn Torwart jetzt ein rosa und das T-Shirt trägt oder so, finde ich das halt, ich finde das süß. Aber für mich ist es so, auch wenn ich an Babys denke, ein Mädchen denke ich an ein rosa Zimmer. Bei einem männlichen Baby denke ich an ein hellblaues Zimmer. Ich kann das nicht ablegen. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Also das musst du auch nicht ablegen, weil dir das halt, du hast das über viele Jahre, hast du das halt mitbekommen und in deinem Geist hat sich das verankert so. Ich bin damit ja groß geworden auch. Und das sind ja auch nur mal Sachen, die wir damit assoziieren, weil wir das mitgenommen haben. Diese ganz extremen, diese ganz extremen, die sagen, dass du das ablegen sollst. Klar wirst du das auch machen können, aber es ist nichts verkehrter dran. Ja. Ja, 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 ja. Und so ein Kind zu zelebrieren ist doch... Voll. Ist doch schön. Alter, wenn ich ein Kind, das wird so zelebriert, wenn das in der Schule gemobbt wird, dann kickt das Mobbing weg. Ja, das weißt du noch nicht. Doch. Das wird auch von Anfang an wissen, was es heißt, geliebt zu werden. Da ist nicht ganz lange um den heißen Brei zu reden, sondern da ist, ich liebe dich oder ich bin stolz auf dich. Das existiert tatsächlich, was halt leider gefühlt nie in der Kindheit existiert. Bei dir. Ja. Aber auch wenn ich mit anderen rede und ich frage so mal, wie oft wurde dir früher gesagt, ich liebe dich oder ich bin wirklich sehr stolz auf dich? Können wir ganz wenig mit ganz oft oder überhaupt beantworten. Also heutzutage habe ich das relativ häufig von Mutti. Ja? Ja. Ja, heutzutage. Aber in der Kindheit. Ja. Also du als auch ich, wir kommen ja aus kindlichen Verhältnissen, die nur ein bisschen heikel waren. Habe ich das schon mal von dir reden? Ja. Also bei dir, ja. Habe ich mal erzählt? Ja. Also das können wir ja so gar nicht jetzt ist für uns nicht greifbar. Ja. Und du als auch ich sind ja die Menschen, die diesen Zyklus durchbrechen wollen. Voll. Also. Mein Kind spielt später alles, was ich nicht gekriegt habe. Das solltest du vielleicht auch nicht unbedingt tun. An Gefühlen. Ach so, ja. Das ja. Das meine ich. Ach so. Ich meine jetzt nicht materielle Sachen oder so. Ich rede von Gefühlen. Halt so eben, dass das halt Normalität ist, dass man sich halt einfach äußert, was man fühlt. Und dass es okay ist, wenn man traurig ist. Dass man, ich liebe dich gesagt bekommt, dass man stolz verspüren darf. Halt so was. Ich rieche halt, ich habe so Bock darauf, das zu schütteln. Ich sage ja, dauert nicht mehr lange. Dauert nicht mehr lange. Den Brann und den Riech schon. Ich finde das auch schade. Ich wurde nie irgendwie gefördert. Das heißt, irgendwie, weiß ich nicht, was es alles gab. Fußball, Verein, Ballett, Tanzen, Singen, Klavierunterricht oder sowas. Hätte ich auch so gerne die Möglichkeit gehabt, irgendwie was zu machen und da zu sagen, habe ich Bock als Kind oder nicht. Das finde ich auch so schade. Das habe ich alles gehabt. Was hat es denn gehabt? Fußball, Leichtathletik, alles. Und findest du, es hat dir was gebracht? Ja, Willen. Ja, immerhin. Also, mein Vater ist früher beispielsweise beim Fußball immer mitgekommen und ist mit mir die Runden gelaufen und hat mich dann ein bisschen getriezt. Das klingt schön. Naja, ich finde das irgendwie schön. Ja, kann man halten wie ein Dachdecker, würde ich sagen. Okay. Das kannst du halten wie ein Dachdecker so. Also, wir sind früher am, 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 am Dings hier am Rigg lang gelaufen und das, ich, also ich mochte laufen noch nie. Also ich mag heute auch nicht laufen. Aus welchen Gründen auch immer, weil Lunge oder was auch immer und das waren wirklich, das war Quälerei so. auch kein Laufband oder so. Das war wirklich Quälerei damals. Krass, ja. Ja. Also ich hab so, wenn, ich hab Basketball stundenlang so, Fahrradfahren, stundenlang, Beachvolleyball auch alles, aber so dieses auf Zwang Quälerei, Scheiße, da war ich richtig, also da hab ich gar keinen Bock drauf gar. So, ich war Torwart früher und ich musste dann irgendwie x-tausende Kilometer laufen so. Und dann, also als Kind hab ich schon gewusst, ihr könnt euch alle mal löschen gehen mit eurem Scheißlaufen. Ey, wenn mir heute einer sagt, ich soll laufen gehen, den kacke ich auf den Tisch. Ey, Vladi, bitte jetzt Laufübung. Nee, ich geh halt auf den Cross-Trainer, ey, ich fahr dir gerne 500 Kilometer Fahrrad so, ne? Ja. Aber meine Beine sind nicht für Laufen gemacht worden so. Und das wusste ich auch als Kind schon. Und dann musst du da im Winter halt, ich verstehe das ja wegen Ausdauer und, Aber das hat mein, also das war mein Wille, also das hat mein Willen so sehr geprägt gegen andere Leute zu sein, dass du das fast nicht klein kriegst so. Also ich bin wirklich super stur geworden dadurch. Das ist, glaube ich, auch so ein prägendes Ereignis, warum ich auch von der Party einfach gehe und mir sage, ja, dann fick dich doch so. Ja. Ja, ich verstehe die Parallelen. Ja. Also, nee, laufen, nein, danke. Ich finde es mittlerweile entspannt, ne? Zum Beispiel Richtung Fitnessstudio ist das erste, was ich mache. Laufen. So. Das geht bei mir gar nicht, weil ich beim Fußball, äh, das ist auch so eine Story, da kriege ich es, aber diese, ich habe, ich sitze auf, also du musst dir vorstellen, auf den Schotterplatz auf den Boden und binde mir die Beine, ne? Ja. Binde mir die Schnürsenkel. Ja. Und meine Mitspieler hängen am Tor dran und das war so ein Stahltor, also so richtig, richtig massiv. Und dann hat sich irgendein, äh, hat sich einer rangehängt und die haben das Tor umgeschmissen. Ja. Und dann ist mir das Tor, äh, direkt hier auf mein, auf mein Knöchel drauf gefallen. Und da war ich, glaube ich, acht oder neun. Und, äh, mein ganzer, mein ganzer Verein hat mir das zugeschoben, dass ich das war, weil die Trainer nicht da waren. Dir? Mir. Dass ich das selber gemacht habe. Ja. Dann bin ich ins Krankenhaus, hab das, äh, äh, war dann quasi mein, ich glaube sechs oder sieben Wochen, äh, hatte ich ein Gips und so einen Scheiß und ich war halt früher schon wieder Fußball spielen. Ich hab mir halt meinen kompletten Fuß, der ist nicht ordentlich verheilt. Und, äh, dann, äh, war da, also, daher kommt das mit dem Laufen so. Mein Bein macht das einfach nicht mit so. Also die Knöchel sind halt einfach im Arsch so. Aber der Punkt ist, dass, also das werde ich bis heute nicht vergessen, ich weiß immer noch, wer mir das in die Schuhe geschoben hat. Ich kenne seinen vollen Namen immer noch, sein Gesicht, wie er ausgesehen hat und ich weiß noch, wie er heute aussieht. Hab ich nicht vergessen. Wie alt warst du? Äh, sieben oder acht. Hast du, würdest du es ihm verzeihen? Ich hab ihm das verziehen, ach so, okay. aber er hat sich noch so ein Ding geleistet, deswegen werde ich das noch nicht vergessen. Ich bin wegen ihm aus dem Fußballverein rausgeflogen. Und das war super unangenehm, weil der Trainer war nämlich mein Vater, sein Arbeitskollege. Dann haben die zu Silvester, hat unser Trainer extra gesagt, also ich bin, hab schon immer sehr gehorsam, ne, also im Verein und so, zu Hause bei Papa nicht unbedingt, aber im Verein und wenn es Regeln gab, so Regeln wären irgendwo schon immer eingehalten. und dann hat mein Trainer damals gesagt, äh, weil Silvester war, heb bitte die alten Böller nicht auf, böllert die nicht, sondern geht einfach vom Dings runter. Ja. Waren wir alle duschen nach dem Training und dann standen die alle draußen und haben halt Böller geschmissen. Und ich hab, die alten hab ich aufgehoben und hab die gerade just in dem Moment, äh, in die Mülltonne geworfen und mein Trainer kam raus und der hat gesagt, ich war das. Und was haben meine Teamkollegen gemacht? Das Bejaht. Nils war's. Und ich hab nicht einen Böller geschmissen. Oh. Und dann bin ich rausgeflogen, weil ich nicht gehorsam war. Kinder können solche Arschlöcher sein, ne? Und, äh, ich war damals super motivierter, also ich war wirklich sehr motivierter Torwart und, äh, hab, also ich hab auch ein paar Pokale gewonnen als bester Torwart, etc. pp. und dann bin ich rausgeflogen. Bum, bum, bum. Ja, deswegen hab ich auch immer so einen Prass auf andere Menschen und mach alles alleine, weil ich das, das ging da schon los, so. Miese. Ja. Und böse. Wär ich nicht vergessen. David, schöne Grüße übrigens, du kleiner Rotschopf. Falls du das hier hörst. Du kleiner Pisser. David, du Pisser, Alter. Du kleiner Pisser, du. Du kleiner Pisser. Ja. Krass. Und dann konnte ich mich selber, also, da, dann, da hat es dann mit Sport einfach aufgehört. Da hab ich dann irgendwann gemacht, was ich wollte. Verständlich. Auf jeden Fall. Ja. Oh, gut. Aber da kommt das mit dem Laufen halt her, so. Ja, ja. Laufen ist so, bläh. Okay, bladiert auch keine Laufübung, Rückzug. Kriegst du, dazu kriegst du mich auch nicht. Ey, ich bin wirklich stur wie ein Scheißesel. Ja. Wenn ich was nicht will, dann mach ich das nicht. Da kannst du, da kannst du wirklich nackig im Kreis tanzen. Da mussten voll viel in der Schule laufen, im Sportunterricht. Und immer diese scheiß Medizinballübungen machen. Das war richtig gemein, vor allen Dingen als, als ganz schlachsiges Mädchen, ey. Das finde ich eh dumm. Also im Sport zu benoten, finde ich bis heute das dümmste, was man machen kann. Weil es gibt unterschiedliche Gewichtsklassen. Es gibt die mobbeligen, es gibt die ganz dünnen wie mich. Und dann so ein Medizinball zu werfen, so irgendwie so, ich weiß noch, so muss das Ding in die Hand nehmen und dann wegdrücken. Ja. Ich hab nichts gepackt. Ich hab da immer eine, ich wusste immer, oh Medizinball, ja schön, krieg ich wieder eine 5. War immer der Fall. Das ist so mies eigentlich im Sport. Das stimmt, ja. Richtig dumm. Oder Kunst. Warum benotet man Kunst? Ich glaube, da geht es eher um die Mechaniken und deinen Einsatz, glaube ich. Also bei mir ist das nicht so lang her wie bei dir. Ich erinnere mich ganz genau. Wenn der Alten das Bild nicht gefallen hat, da gab es mal eine 4. Ganz schlimm gewesen. Ich hab sowas immer nicht mitmachen müssen. Wie? Hab es keine Kunst? Ich war schon immer ein sehr verbaler Mensch. Ah. Und wenn das nicht meinem, also eine Sache, die hab ich mir bei meinem Papa gemerkt. Es gibt keine dummen Fragen, stell deine Fragen. Und wenn dir etwas nicht passt, dann sag das. Ja. Ich war so oft bei Direktoren in der Schule. Als Kind? Ja. Wild. Ich hab mit 19, wenn irgendwas war in der Schule und ich das bei partout nicht eingesehen hab, was das war, hab ich gesagt, Alter, sorry, tut mir leid, was ist das hier für ein Scheiß? Ja. Und auch in Kunst. Das ist nice. Und Musik. Und Sport. Wir mussten zum Beispiel, im Sport mussten wir Klimmzüge machen. Mhm. Kann ich mich noch dran erinnern, das war ja damals in der Realschule und dann gab es ab 15 Klimmzüge, gab es eine Eins. Ja. So, und dann hab ich meinen Sportlehrer, dann hab ich Klimmzüge gemacht, ich hab nur zwölf geschafft. Ich hatte im Sport immer eine Eins. Ja. Und dann sagt er so, tut mir leid, aber das reicht nicht für eine Eins. Dann hab ich ihn so angeguckt und dann hab ich gesagt, na wissen Sie, meine Stärken sind halt nicht Klimmzüge, sondern andere Sachen, die wir hier im Sportunterricht nicht machen. Wie wär's dann mal, wenn wir mal Kniebeuge machen oder so ein Scheiß. Oder wir machen Kugelstoßen oder Weitwurf, Sperrwurf, solche Sachen. Ja, nee, das geht dieses Jahr nicht, das können wir nicht machen. Ich sag, ja, dann können Sie mir aber auch einfach nicht so eine scheiß Note reindrücken, weil meine sportlichen Fähigkeiten einfach andere sind. Wollen Sie jetzt mit mir diskutieren? Nee, mit Ihnen nicht, aber ich geh gerne zum Direktor und diskutier das da weiter, weil es ist halt sinnlos. Und ich möchte meine Eins auf den Zeugnissen Sport haben, weil ich ein sportlicher Typ bin. Ja. Ja, dann mussten wir dann mit dem Direktor diskutieren. Krass. Voll gut. Ich hab auch mein Abi einmal fast nicht schreiben dürfen. Bin ich fast, also ich bin beim ersten Durchlauf bin ich rausgeflogen und beim zweiten waren wir halt in der Belehrung drin und dann war der Direktor von der Schule war da, der hat seine Belehrung vorgelesen und dann kamen wir zur Thematik Toilette und da hab ich ihn halt gefragt, also wirklich eine ernst gemeinte Frage, ohne irgendwas zu machen. Aber ich sag, wie sieht's denn aus? Kommt jemand auf Toilette mit? Und dann guckt er mich an. Wollen Sie mich jetzt verarschen? Ich so, kommt da jemand mit oder nicht? Warum fragen Sie das denn? Ich sag, können Sie nicht einfach die Frage beantworten? Kommt einer mit auf Toilette oder nicht? Sagen Sie mal, wollen Sie jetzt frech werden? Sie dürfen gleich kein Abi mehr schreiben. Ich so, entschuldigen, Sie sind ein erwachsener Mann. Können Sie mir nicht einfach eine Frage beantworten, ob jemand mit auf Toilette kommt oder nicht? Weil ich kann nicht scheißen, wenn einer dabei ist. Und wenn ich nervös bin, muss ich kacken. Und dann sitzt mein anderer Lehrer, saß dann daneben und sagt dann schon, mach ruhig. Und ich so, nee, warum seid ihr Erwachsenen einfach nicht in der Lage, eine ganz normale, beschissene Frage zu stellen? Wie ist denn der Direktor geworden? So, und dann steht er da vorne und sagt, na wissen Sie, Sie fliegen halt wirklich gleich raus. Ich so, wissen Sie was, Ihre Kompetenz ist auf jeden Fall nicht einfache Fragen zu beantworten. Kommt jemand mit auf Toilette? Ja oder nein? Ich kann nicht auf Toilette gehen, wenn jemand dabei ist. Nein, es kommt niemand mit. Ich so, na war das jetzt so schwer? Warum darf ich denn mein Abi nicht schreiben? Vor versammelter Mannschaft, 100 Schüler saßen da und alle Lehrer. Alter. Ja. Und irgendwann kam er bei der Zeugnisausgabe, hat mir dann die Hand gegeben und das Zeugnis und hat sich nach vorne gelehnt, aus Ihnen wird mal was. Machen Sie weiter so. So, na besser ist auch. War der Direktor oder der andere? Der Direktor hat das, nee, nee, nee. Der Direktor hat das dann gesagt, ja. Krass. Naja, was soll denn der Quatsch? Die Leute zu doof Fragen zu beantworten? Ja. Ja. Und mein Wirtschaftslehrer dann schon so, mach ruhig jetzt. Der macht das wirklich so, mach ruhig jetzt. Ist mir doch scheißegal, kann er ja gerne machen. Dann gehen wir halt zur nächsten Instanz und meckern halt mit denen. Ich bin das auch immer knallhart durchgegangen so. Wenn Lehrer Kacke gemacht hat, Abteilungsleiter, Abteilungsleiter wollen nicht zuhören, Direktor, war mir scheißegal. Also wenn die Leute nicht in der Lage sind, ihre Scheiße zu klären, dann machen wir das halt so. Ich musste auch nachsitzen. Da muss ich mir überlegen, ich musste mit 18, muss ich nachsitzen. Ich musste bei meiner Abteilungsleiterin und das war richtig krass, da hab ich wirklich Blödsinn gemacht und dann hat die gesagt, also eigentlich darf ich das nicht, aber du sitzt diesen Monat sitzt du nach. Weil das für mich ist das jetzt eine erzieherische Maßnahme, weil du das einfach nicht auf die Reihe kriegst, deine große Schnute zu kontrollieren. Und da hab ich gesagt, wissen Sie was, Frau Damm war ihr Name, wissen Sie was, auch wenn Sie das nicht dürfen, aber ich werde diese erzieherische Maßnahme annehmen, weil ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht hab und ich hab einen Monat nachgesessen bei ihr, jeden Tag im Büro, direkt vor ihr. und musste dann immer, ich musste, glaube ich, einen Aufsatz schreiben und ich musste irgendwas lesen mit 18. Was warst du schon für ein Dude früher, ey? Seitdem hab ich auch ein sehr gutes Verhältnis mit ihr gehabt. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Not bad. Ja. Krass. Das ganze Gegenteil von dir. Ich mag Stenkern. Aber so sind auch, also mein Kumpel ist auch so. Krass. Das ist, wenn Leute zum Beispiel, weiß nicht, wenn du in den Mediamarkt gehst oder irgendeinen Laden und die wollen dir nicht helfen. Stenker. Abteilungsleiter, Geschäftsführer, ist mir egal. Ey, ohne Witz, die Leute werden halt da, ich verstehe ja, dass sie manchmal nicht wollen, so, ne? Ja. Aber ich möchte das gerade haben. Das kann nicht jeder, auf jeden Fall. Naja, das ist ja dein Gutes, also es ist ja am Ende, wenn du, ich hatte mal eine Reklamation, das weiß ich noch, in Dresden im Mediamarkt, und dann sagt die Frau zu mir, äh, tut mir leid, sie haben den Originalkarton nicht mehr, äh, wir können da jetzt nichts machen. Und ich leg den Zettel daneben, die Seriennummer daneben und hab das Ding in der Hand. Und dann sagt sie so, tut mir leid, aber da kann ich Ihnen nichts, da kann ich nichts machen, Ihnen fehlt der Karton. Ich so, wisst ihr was? Verstehe ich ja. Aber gehen sie doch hinten einfach ins Lager, nehmen sich einen Karton von diesen, schicken das ein, geben mir das Gerät zurück und behalten den Karton und packen das nächste da rein. Wo ist denn das Problem? Wollen sie, dass ich wiederkomme und hier was einkaufe? Ne, so funktioniert das nicht. Ich so, okay, wer ist denn hier die nächsthöhere Ansprechperson? Weil, scheinbar wollen Sie mir nicht helfen? Guckt sie mich doof an? Ich sage, naja, wissen Sie, wenn Sie mir nicht helfen wollen, dann gehe ich halt zum Nächsten. Und wenn der nicht will, gehe ich wieder zum Nächsten. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn ich ganz oben angekommen bin, dann wird hier unten an Ihrem Stuhl gesägt. Weil der da oben möchte, dass Sie mir helfen. Aber Sie haben scheinbar einen schlechten Tag, kann das definitiv nachvollziehen. Ich weiß, Sie müssen den ganzen Tag mit wilden, komischen Menschen arbeiten. Ich komme aber sehr freundlich zu Ihnen. Wenn Sie das nicht möchten, dann geht es halt weiter. Naja, der Nächste kam, der hat den Karton dann eingepackt und dann durfte ich das machen. Der hat das dann gemacht, ja. Oh, wie gut, ey. Krass, ey. Das eben mit dem Auto, war das doch genau dasselbe bei dir in Berlin. Das war ja so. Die hat aber auch richtig Ansage zurückgekriegt. Das stimmt. Da war dann kurz mal Ruhe im Karton. Das muss ja nicht sein. Also nett und freundlich kann man ja miteinander umgehen. Ja, auf jeden Fall. Und am Ende ist es halt leider, so, auch wenn ich das überhaupt nicht mag, der Kunde ist halt scheiß König so. Wenn der nett und freundlich ist und sich wirklich bemüht und dir entgegenkommt, ist er einfach der scheiß König. Auf jeden Fall, ja. Kacki. Der Spruch existiert nicht für umsonst. Es ist eigentlich eine dumme Aussage, weil manche Menschen nutzen das wirklich sehr aus und bewegen sich dann auch dementsprechend scheiße. Also wenn du dir mal Service-Hotlines anguckst, wo Leute da rumbögen und ihr seid alle scheiße inkompetente, Wichser und so. Das stimmt. Das bringt dir auch nichts. Also der respektvolle Kundeskönig. Genau. Ja. Dann ist die Welt auch in Ordnung. Richtig. Gut. So, ich knall jetzt meinen Stream an, Nils. Schön, Jennifer. Ich werde mich jetzt anziehen, dann werde ich nochmal aus dem Haus. Ich schreibe mir die Endmarke auf, denn ich habe heute Marken aufgeschrieben. Oh. Fleißig. Sehr gut. Das Ende. Jen, das war sehr schön heute. Das war mir ein anderes Blut pflücken. Wollen wir vielleicht schon spoilern, was wir nächstes Mal machen? Wollen wir? Ja, mach du. Du darfst. Du darfst die frohe Kunde verkünden. Also wir haben uns dazu entschieden, dass wir den nächsten Podcast aufnehmen werden. Mal wieder natürlich, wie immer. Aber nächste Woche Sonntag dann live. Auf Twitch. Aber auch ohne. Ich weiß nicht. Oh, das wird wild. Oh, ja. Ich muss den Chat wegmachen. Ah. Nur du. Nur du. Ich, aber live. Wie immer. Aber der Chat ist im Hintergrund. Okay. Ja. Okay, machen wir. Aber auch um die Uhrzeit wie sonst, ne? Ja, um die Uhrzeit wie sonst. Wie immer, ja. Also so gegen neune. Genau. Ja. Ja. Ach, scheiße. Gegen neune. Wollen wir das mit dem Vorgespräch? Wir machen trotzdem noch kurz vorher. Und dann machen wir so neun und dreißig. Aber im Stream oder ohne? Ne, ohne. Ohne. Ne, ohne. Ne, das geht zu weit. Ne, ohne. Ja. Es muss niemand wissen, was wir für Pflegeprodukte zum Rasieren benutzen oder Duschbäder. Okay? Richtig. Nein. Alrighty. Geil. Freunde der Sonne, tut mir einen Gefallen. Ballert doch einfach eine Bewertung raus. Bei Spotify, die Sternchen, auf allen anderen Plattformen auch. Falls ihr das bei YouTube guckt, lasst uns doch einfach einen Kommentar da. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Wie, wann habt ihr angefangen zu gamen? Was habt ihr gemacht am Anfang? Habt ihr auch keine Kumpels gehabt oder keine Freunde, die mit euch gegamed haben? Lasst uns das mal wissen. Das wäre sehr, sehr schön. Und ansonsten wünsche ich euch einen unglaublich schönen Tag, eine unglaublich schöne Woche. Danke für euren Support. Vielen Dank fürs Reinhören. Jen, ich küsse deine Augen. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.